Kai, die Strategie jetzt für das zweite Rennen für die B9 hier am Nürburgring mit dem Rahmen der DTM, wo wir hier Gast sind. Auf jeden Fall die ersten ein, zwei Runden gucken, was vor mir passiert, neben mir passiert, mich auf keine Zweikämpfe am Anfang einzulassen und versuchen natürlich dann den Klassensieg nach Hause zu fahren. Ich wünsche mir alles Gute, ein tolles Rennen. Dankeschön, bis später. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.